Moin, ich bin Rebecca aus dem Landesjugendkammervorstand und die Landesjugendkammer hat kürzlich beschlossen, dass es im kommenden Jahr wieder ein Landesjugendcamp geben soll. Und dafür brauchen wir euch zum Mitdenken und Mitgestalten, damit genau dieses Camp wunderbar und unvergesslich wird. Wir werden nämlich eine Vollversammlung veranstalten, laden euch dazu herzlich ein während des Landesjugendkammerwochenendes. So, wann findet das Ganze statt? Im Mai vom 19. bis 21. in Pferden. Am Samstag wird es dann um das Camp gehen, aber es passiert auch noch ganz viel anderes. Zum Beispiel werden am Freitagabend zwei Kolleginnen bzw. Kollegen vom Landesjugendfachamt eingeführt und da könnt ihr gerne mitfeiern. An dem Wochenende insgesamt wird die Weltausstellung in Wittenberg eröffnet. Die Evangelische Jugend in Deutschland ist mit einem eigenen Young Point Reformation mittendrin, den wir besuchen wollen und ihr könnt gerne mitkommen auf diesen Tagesausflug am Sonntag. Anmelden könnt ihr euch unter ej.de, dort findet ihr einen Link und das könnt ihr bis zum 1. Mai machen. Dann sehen wir uns im Mai in Pferden.